Keine Ahnung Hm, das wollte ich gerade Wurde ich, achja Wurde ich, achja Ah, blick auf links Kleiner da mal reinzurasen oder schon da unten erstmal den Rand wegzumachen Oh, ich weiß, wo ich hin, ich fahr da unten hin So, dass jetzt alles hier ein bisschen besser läuft Kann man ja weitermachen mit der Produktion Wo landen eigentlich die Fahrzeuge? Achso, alles gut Welche Fahrzeuge haben wir momentan? Ja Ja Aber du hast gerade verwehrt, wohin du hast? Wo es hingeflogen ist, ne? Panzer... Wenn man kein Geschütz mehr hat Panzerkanone? Mhm Oh, wir sollten aber gleich mal ne Pause machen, ey Mhm So, inklusive Kanonengeschoss Sechseinhalb Stunden fast Oh Oh nein, ich darf reinfahren Oh, der lässt sich aber einfacher fahren als das Fahrzeug Okay Ja, der Tukka noch ein bisschen besser Wie steigt man eigentlich nochmal ein? Enter Achja Mit dem Panzer kannste echt einiges umfahren Tukka 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 Aber ist jetzt auch eingebaut, oder? Ja Ich hab das Material Na, ist ganz entspannt Wie gesagt, durch die Bäume fährst du jetzt einfach ganz easy durch Ich merk's Ist immer mit dem Auto hängen geblieben Selbst die Steine hups Hups Das war ein magischer Storm Hast du gerade den angefahren? Ich bin da durchgefahren, das ist kaputt gegangen Boah, ey Nein, 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 nein Okay, Lenk Anlagen solltest du auch nicht reinfahren Lenk geht eindeutig besser, das stimmt Ja, ja, nicht so schnell, nicht so hakelig, ne? Oh, ich wollte mein Material holen, ich wollte noch ein paar Dinger holen. So, hm, wie brauchte ich das und das? Leichtöl und Schweröl braucht, muss ich mit Stahlträger zusammen vermischen. Oh, oh, oh. Was war das? Warnung. Weiß gar nicht, was das gerade hier ist. Beep, beep. Äh, wo meckert der denn? Weiß er nicht. Weil du drauf bist? Na logisch. Ah, warte mal. Ein Objekt benötigt ein Bauroboter, sobald... Ah, der meckert, weil hier kein Bauroboter ist. Ist das ein Bauroboter? Nein, das ist ein Logistikroboter, warte mal. Wer meckert? Funktioniert das? Ja, halt die Klappe. Halt die Klappe. Und die Teile denn? Wer meckert denn? Batteriemotor... Mein Panzer meckert, dass er jetzt kein... Er meckert? Meckert. Mal gucken. Was er macht, wenn er das Material dafür kriegt. Ja, hör doch auf zu piepen. Piep, piep. Ich weiß, dass du das was willst. Piep, piep. Piep, piep. Ich weiß, was er ja will. Guckt er ja auch sofort. Gleich wieder. Piep, piep. Mal am meisten, wenn ich jetzt in den Hangar den Bauroboter reinpacke. Piep, piep. Der Roboter kann hier eingefügt für den Nicht-Tank... Ach, Tankwagen hab ich in der Hand. Warum? Wo ist denn mein Roboter? Warum? Weil du behindert bist. Wie machst du sowas? Wenn ich ihn jetzt hier... ...das gebe, macht er das? Guck mal jetzt, mein Roboter. Guck mal, siehst du meinen Panzer, wo der ist? Wo ich gerade hinlaufe? Ich bin da bei dir, ja? Da kommt jetzt mal... Da kommt jetzt mal ein Roboter hingeflogen. So, wo der Panzer ist. Warte, er kommt da. Er repariert ihn. Ja. Fertig. Das ist das in der Reparatur, um Roboter, oder was? Ja, der hat Reparatur-Ding jetzt. Weiß ich. Guck mal, was hast du denn da gebaut? Äh, Roboter-Hungar. Ach so. Das ist ein Roboter-Hungar? Hm. Komischer Name für das Ding. Hangar. Ich komme! Platz da! Hm. Oh, ich habe ja sogar gute Munition dabei. Wann das geil ist, ich kann mir das Ding auch erstellen. So, da haben wir das Ding. One-Shot. One-Shot. Hm, was soll ich das denn jetzt machen? Oh, ich muss das mal machen, okay? Nee, ist so. So, sieht das Ding. Ich habe beim Erstellen der Lüfte eines nicht bedacht. Auch beim Erstellen-Belang-Machine rücklichen sollte Schrapp-Lavien von unten zu fotografieren, liegt auf Nummer 8. So, wenn man da nicht durchlaufen kann. Oh, das ist ein roter Punkt. Ich glaube, das ist lustig. Was denn? Oh, das ist ein roter Punkt? Oh, ich habe 1500 Kohle gerettet. Yay. Das ist erstmal das sicher, was ich brauche. Sondern es ist auch noch... So, das ist schon mal drin. Eine Million ein. Muss bei denen nochmal irgendwas entfernt werden, derzeit? Nö, ne? Ach, nee, Gott nicht. Erstmal nicht. Dann können wir ja gleich Schluss machen. Soll ich schon mal in deine Richtung gucken? Kannst du machen. Dauert zwar ein bisschen. Wie macht man mit den Springstoff? Oh mein Gott. Ich habe die geilste Idee, um Bäume wegzukriegen. Ich will für Wasser und Kohle. Gleich springen ich, stopp. Erstmal in Flammen, wenn wir durch den Wald fahren. Kommt man eigentlich ohne Probleme hin? Ein Panzer? Wohin? Da, wo du bist. Müsste man, ja. Mal in der Außenraum fährst, ja. Ich glaube, du fährst einmal über eine Kohlelinie. Oh, was ist denn das hier? Oh, das sind Wasserrohre. Hallo? Oh. Oh nein. Die gehen aber nicht kaputt, ne? Die Bänder. Oh. Ey, du Arsch. Das ist reparationspflichtig. Du Penner. Mein junger Mann. Das stand echt im Weg hier. Ich mach's heil. Du kaputt gemacht, du heil machen. Nein, ich bin ja von der Institution und wollte gucken, ob das hier heile ist alles. Ob das so den Normen entspricht. Und nun kommt man hier an und alles kaputt. Dein Kopf ist kaputt. Es geht ab hier. Hier? Ich bin ja auf dem Becker schon seit Stunden liegend wach. Ich glaube, Rufus hat den Groot. Rufus hat den Groot. Ja, wer ist cool, beliebt und plessisch, wer kickert, erfahrungsmäßig, seine Pläne, immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch, er ist Rufus. Ja, ja, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Zeit bringt wie ein Alper-P. Wer kommt krass und ganz weit rum, wer ist bald auf Elysium? Rufus. 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 Stress, stress, stress. Warte, wie stressst du? Doch. Da ist aber Weki hier, ey. Wie? Wie solche teronliche Wege. Druck. Ups. Schass aus. So. Somba? Ja, Moment. Was machst du denn hier? Krankstoff? Nee. Nee. Statt? Nee. Ach, Flammen. Ich hab mich grad gewundert, hey, woanders. Ach so, das war da. Yay. Warte mal. Hm? 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 Ach so, wird ne Tanzer kommen. Echt, ey. Das ist so scheiße, ey. Ich hab angefahren. Hä? Ich hab angefahren. Ich hab ein Viertel meines Lebens verloren. Ich hab dich nicht angefahren. Ich hab dich nicht angefahren oder hab ich dich getroffen? Ja. Okay. Oh, meiner muss tags aufgefüllt werden. Energie. So. Warum steht denn der nicht weiter her? Was? Hier. So alles. Nee. Äh, weil der Leichtöl 50 braucht. Oder 100. Ach so. Und deine Leichtöl Quelle, die ist irgendwo ins Nirgendwo geraten. Weil. Wer ist? Ich war das nicht. Das hast du vergessen. Hab ich nicht. Lüg doch nicht. Aber jetzt wurde Zitter. Nein, da war nix. War aber heil. Sehr schön. War nicht mein Problem. Das ist halber. Eine hab ich kaputt gefahren, ja. Krag's nicht. Ich hab Kugeln bei mir drin. Wie schießt man überhaupt? Leertaste. Du Sackgesicht. Der Leertaste. Geht nicht. Ja, dann mach's doch bei dir um. Stell's doch mal bei dir um endlich. Ich hab das umgestellt. Ausgebildetes Ziel. Anschießen. Ich hab bei mir. Nein, auf Gegner schießen heißt das. Das linke Spalte mittig. Hast du? Linke Spalte mittig. Ja. W-A-E-E. Und wenn du ein bisschen so weiter runter gehst, dann steht da auf Gegner schießen. Hä? Bei Tastenbelegung. Bei Tastenbelegung. Da bist du, ne? Auf Gegner schießen. Space. Ja. Ist doch schon. Ja. Warum hast du denn dann das Problem? Wenn... Geh mal mit der Maus auf mich. Hast du unten die richtige Waffe ausgewählt? Hast du überhaupt Kugeln drin? Nö. Na. Was ist denn los? Wie kann man das eigentlich in Ausfall ändern? Tab. Ach so. Das muss ich auch noch nicht. So zum Beispiel. Das würde ich nicht machen. Das ist Rohre. Nicht Rohre. Doch. Dann guck mal deine Rohre an. Die haben nur noch 1 HP. Das ist aber kein Rohr. Aber die hier? Wo ich hier vorstehe? Das sind Rohre. Das ist ja... Das sieht aus so kaputt aus hier. Ja, da war aber das alte noch. Ich hab neuer variiert. Hab ich doch gegen gefahren. Mhm. Obwohl ich... Ich verstehe nicht warum ich gegen das... Obwohl ich bin ja in der Kurve gefahren. Hab ich ja gegen das gefahren. So. Beendung. Weg mit deinem Kurveantrieb. Hä? Toowoantrieb. Wie das denn überhaupt? Was? Toowoantrieb. Toowoantrieb? Yeeeeh. Wie geht das? Ach so ganz normal. Das ist nicht schneller, aber das mach ich immer. Toowoantrieb. Dong. Boah, war das China. Mein Gott. You see me rollin. Nananan. Hallo. Hey du Zack. Voll die unechten Flammen, ne? Findest du? Ich hab keine Muni mehr zum Schießen. Ich hab genug mit. Boah, genug immer. Tuck, 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 tuck. So. Ey. Denk dran, ich hab was anderes in der Tasche. Boom. Du Penner. Ey, ja auch. Explosive Munition. Ja, ja auch. Ja, die muss ich mir auch erstmal noch herstellen dann. Oh. Was hast du abgeschossen? Die Geschosse geht einfach so im Arsch lang. Oh. Tuck, 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 tuck. Oh. Du schießt dich aber gar nicht ab. So. Ich würde sagen. Oh. Komm, wir machen den Schluss. Hast du mal hab ich Hunger, ah? Hallo. Oh. Ich muss jetzt mal wieder raus. Aus dem Wald. Ich kann dir helfen. Ey, du Sack. Warum hat dein eigentlich ne andere Farbe? Weil ich eingestiegen bin. Weil ich cool bin. Okay. Wißt du, guck mal, wenn du reingehst, gehabt hat er auch ne andere Farbe. Na, da haben wir nicht gehabt. Doch, steig mal ein. Guck mal genau richtig hin. Erstmal heimern. Und bei mir zeigt er das halt nicht an. Doch, du hast ein leichtes Braun da drin. Und wenn du richtig nah dran zoomst, dann steig mal aus. Dann hast du ein Grau. Siehst du? Das ist halt der Charakter. Du bist halt orange. Orange-braun, hast du nicht gesehen. Was du da bist. Kacki. Tschüss. Hallo, wir wollten beenden. Ich weiß. Komm her. Denk dran, ich hab Munition. Und zwar arsch viel davon. Ich weiß, dass wir beenden wollen. Ups. Oh, er hat irgendwas kaputt gefahren. Schnell zurück. Hab ich nicht. Lüg nicht. Ich hab nichts kaputt gemacht. Nein, war nur ein Rohr. Komm, stell dich zu. Zwei. Ich hab zwei Rohre kaputt gemacht. Wir beenden jetzt hier. Scheiß. Wir machen uns ein Lagerfeuer hin. Du bist so behindert, ey. Schnell. Schnell. Möchtest du nicht tschüss sagen? Na gut, Leute. Dann würden wir sagen... War das wieder eine verdammt lange Aufnahme. Fast sieben Stunden. Wir sind ja auch behindert. Na gut. Aber ja. Flash ist richtig behindert hier. Wie immer. Ja klar. Ja klar. Und beim nächsten Mal geht's richtig los. Das ist normal, dass er behindert ist. Behindert. Behindert. Gut. Damit würden wir sagen... Bis zum nächsten Mal bei Factorio. Ciao, ciao. Tschüss. Burn, Motherfucker. Burn. 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 Alter, bist du grad in meinem Panzer? Alter, gehst du aus meinem Panzer raus? Du hast gleich kein Material mehr hier. Hör auf. Lass die Scheiße. Gib mir meinen Panzer wieder. Ich würde damit nicht schießen. Na gut, Leute. Ciao. Tschüss.